so das war das soweit das heißt wir segeln jetzt hier lang ja aber schön gewesen wenn hier noch treibt gut gewesen wäre aber machen wir meinen fort todes licht an und ich glaube von todes licht fahre ich erstmal nach port maya um mich dort ein bisschen mit sachen einzudecken und nach dem typ zu suchen da der gesagt hat ich soll ihn dort besuchen kommen wenn da würde sich irgendwo im hauptbereich also da auf dem hafen rumtreiben und nicht im abgesoffenen bereich oder im dritten bereich da der in dem dorf von den einheimischen in dem juana dorf so will es mir jetzt gleich den kopf packen oder will sie nur reden weil sie ja ordentlich betont hat dass das keine falle ist erste matrose mabori du bist der captain den elis zu verhandlungen eingeladen hat der bist du doch oder ich halte ein auge offen er tippt sie mit dem finger unter das eine auge das nicht von einer augenklappe verdeckt wird das ist nur damit ich dich bei deiner ankunft begleiten kann die voraus ich habe keine ahnung von der rede ich finde den weg allein hier in der kämpfnis ist mein vergnügen einen so hoch geschätzten gast herum zu führen oh ja das ist es äh spiel pausiert hallo hallo du musst captain haakram sein freut mich dass du hier bist schätzchen ja gut sie sind ein bisschen wie jemand aus mit dem ich mich nicht anlegen möchte die kampf der probte kapitän betrachtet dich wohlwollend und reibt sich dabei die unterseite des kindes ihre augen passen nicht zueinander eins ist rahmen schwarz das andere eisig blau beide warten über dein gesicht gefällt dir was du siehst auf der vernarbten haut ihrer brust funkelt ein goldenes sulnet ist als sie sieht dass du die münze bemerkt hast schnippt sie sie herum und zeigt die andere seite die ihren status kennzeichnet die markierung auf dieser seite besagt dass ich im konzil der kapitäne den zweitlichsten rang besitze ich stehe nur einen sitz unter diesem verfaulten schwanz vor rante sie grenzt und ich weiß ich habe dir bedingungslose verhandlungen angeboten aber ich bin ein pirat und das bedeutet ich bin meiner mannschaft gegenüber loyal ansonsten allerdings lüge ich wie es mir gefällt du hast meinen vierten vorsitzenden umgebracht und ein verdammt guter freund war er ebenfalls ein teil von mir könnte sogar beinah beeindruckt sein aber ein anderer teil von mir möchte dir leben die haufe vom gesicht abziehen wenn du eine gute erklärung parat hast kann ich dir nur raten sie ganz schnell mitzuteilen trotz der runde gewalt die in ihren worten mitschwingt hält sie sich noch zurück stört sie ihre leben und wartet bekrieg auf deine antwort du kannst es mir doch nicht vorwerfen dass ich mich selbst verteidige er hat es verdient der vierte vorsitzende oder was ihr das so nett zeigen jetzt bin ich der vierte vorsitzende wir hatten einen streit unter piraten ja du kannst mir doch nicht vorwerfen dass ich mich selbst verteidige und ob ich das kann der captain der gesamten flotte zu sein bedeutet du kannst tun lassen was du gerade in den was sie gerade in den sinn kommt sie hebt selbstbewusst das kind ihr schwarzes und die blaue saugen betrachten die intensiv warum ihr leben zu deinem lächeln allerdings ein knallhartes du hast mir die rechte hand abgeschnitten wie bitte gedenkst du jetzt sie zu ersetzen ich habe gehört ja 250 kupfer geben ich habe gehört aus silber kann man einen hübschen haken herstellen ich nicht so weit ich bin jetzt im konzum übernommen habe kannst du dich darauf verlassen dass ich voll hinter dir stehe du bist also nicht nur mächtig sondern auch klug ja ich glaube du siehst die dinge wie sie wirklich sind du verstehst wie eine vereinbarung zwischen uns aussehen könnte die uns beiden vorteile bringt sie zwingt hat mit den augen und schnippt gegen das lunette am ende ihrer kette und jetzt nachdem wir das erledigt haben kann ich es ja offen zugeben ich mag dich wirklich kapitel captain du kannst dich nur brutal sein du beweis doch gut ich möchte einen handel vorschlagen ich finde einfach der vorschlag einer partnerschaft muss gemacht werden wenn man sich persönlich gegenübersteht ich und die meinen bei dem prinzip wir können dir mächtige verbündete sein aber wärst du denn auch bereit im gegenzug uns geben ich und die meinen bei dem prinzip wir können dir mächtige verbündete sein aber wärst du denn auch bereit im gegenzug uns geben das möchte ich gerne wissen natürlich falls wir eine partnerschaft eingehen ich finde wir sollten uns wir sollten uns auf die probe stellen um sicher zu gehen dass wir auch gut zusammenpassen nehmen wir einmal an du wolltest eine allianz von gleichgesinnten kapitänen schaffen dann könntest du sie zum beispiel damit beginnen dass du eine meiner besten kräfte in der kattacke unterstützt sie ist eine schmugglerin die für ihre aktivitäten das gewöll benutzt man nennt sie die verrückte morena wirklich und ich sage dir mein täubchen den spitznamen hat sie sich verdient ja die haben wir auch schon kennengelernt oder auch ihren stuhl gesehen im rat sollen wir mal die arme vor der brust verschränken dir kann man deine gedanken wirklich nicht vom gesicht ablesen hast du lust irgendwann einmal abends ein kartenspiel zu wagen sie dreht das kleine solen net an ihrer kette über ihren brüsten ja hier steht immer seiner kette dabei ist sie ja eigentlich eine frau ich nehme das 1 fein einmal als zustimmende antwort dir steht eine strahlende zukunft bevor wächter achtet darauf dass du sie nicht dadurch beschmutzt dass du die flagge des falschen piraten ist neue besen kehren gut was ich weiß dass du dich mit vorante getroffen hast und dass du möglicherweise sogar für ihn arbeitest diese verdammte sack gratte mit einem schwingerschnippen wischt sie ein becher götter killer rum von ihrem tisch sie nimmt einen kräftigen schluck bevor sie auf die auf dich zeigt aber das heißt ja nicht dass du dich nicht auch mit mir zusammentun kannst tu nichts dass ihn das kapieren ließe halte mich einfach auf dem laufenden über gewisse kommende ereignisse wenn sie sich abzeichnen einverstanden verschränken wir wieder die arme sch neighboring es ist nicht nötig etwas zu sagen noch nicht du solltest dir gut überlegen wenn du dich nächstes mal für jemanden abrackert hast der dich wie freude ausweiten würde nachdem du ihm die bitte erfüllt hat sie tipp wissend auf eine schläfe wenn die tippen sind gewann die strategie Zur rechten Zeit werden wir unsere Strategie festlegen. Ja. Das kann ich für dich tun, Schätzchen. Weshalb wolltest du mich treffen? Ich habe ein Problem, Watcher. Und ich glaube, du bist nur der Kapitän, um es zu lösen. Ich habe ein kleines Problem, Wächter, und ich glaube, du bist genau der Richtige, um es zu lösen. Ich und Ferrante, wir sind bei vielen Dingen nicht einer Meinung. Nicht zuletzt auch, was die Zukunft der Prinzipien angeht. Unter uns Neubildern gibt es nur wenige Regeln. Eine von ihnen ist allerdings, dass du ganz frei leben kannst. Wir mögen Dieb und Mörder sein, aber wenn du uns ein Teuer einschwörst, gehörst du zu uns. Bist du unser Blut und unsere Familie. Wenn ich jetzt genau entgegengesetzt zu dem handeln würde, was sich Vorante vorstellt, würde er das nur zum Anlass für eine Abstimmung geben, kurz jeder Kapitäne nehmen. Er würde mich am Geigen aufknüpfen lassen, aber dich kann niemand damit in Verbindung bringen. Das finde ich so richtig zu vorkommen von ihr. Das löst nämlich ein Riesenproblem. Das heißt, wenn du zufällig die Sklaven in den Kruppsporn befreist, Vorante könnte gar nichts dagegen tun. Niemand hat es verdient, von anderem versklavt zu sein. Verstehst du? Sie denkt also genau im Gegenteil von Vorante. Das ist nämlich die Quest, die Vorante uns auferlegt hat, dass wir dem Sklavenhändler in den Kruppsporn helfen. Sie will, dass wir die Sklaven befreien. Ich bitte dich darum, nach Kruppsporn zu segeln und dich dort mit einem von meinen Leuten zu treffen. Sie versteckt sich dort und wird in der Lage sein, die wertvolle Information über die Sklavenhändler zukommen zu lassen. Wie finde ich deine Piratin in Kruppsporn? Welche Verbindung besteht vorantut den Sklavenhändlern? Ich kann dir nur Vermutungen anbieten, Schätzchen, aber ich verwende meine Solanette, dass Vorante versucht, bei anderen Leuten als den Sklavenhändlern Eindruck zu schänden. Für einen Kapitän wie Vorante sind die Sklavenhändler doch nur klein. Das würde zu wenig abwerfen, um die Investition wert zu sein. Wie finde ich deine Piratin in Kruppsporn? Sie wird dich finden, Schätzchen, und du wirst sie an ihrer Nahberg hin. Es ist ein schrecklicher Anblick. Okay, was kannst du mir über die Sklavenhändler berichten? Ich weiß, dass sie ihre Aktivitäten im Kohlelöstenfeuer von Kruppsporn aus organisieren. Ich weiß, dass es nur eine kleine, allerdings gruppellose Gruppe ist und dass sie bei ihren Transporten um die Insel herum auf Schwierigkeiten getroffen sind. Gut, ich gehe nach Kruppsporn. Such mich wieder auf, nachdem du diese Sklaven befreist hast. Ich sorge dafür, dass es sich für dich lohnt. Sie nickt. Kapitän? Ja. Berichte mir von dem neuen Blut bei den Prinzipien. Wir sind die Zukunft, und wir gehen nirgendwo hin. Wir sind Piraten, Schätzchen. Wir haben dieses Seat. Und das Seat liebt uns zurück, in ihrem gewaltigen Weg. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass Andra euch alle ins Herz geschlossen hat. Wir sind Piraten, Schätzchen. Dieses Meer gehört uns. Und auf seine eigene verdrehte Weise liebt er es mir uns ebenfalls. Ferrante pines für ein Homeland, das er nie gesehen hat. Aber was bedeutet Old Valia für mich oder meine Krupp? Wir sind keine Valianer, und werden es auch niemals sein. Wenn du allerdings ein Valianer sein solltest, und dich in unserer Mutlinie anschließen willst, bist du mehr als willkommen.